Okay. Ah, was ist denn das hier? Don't worry, be happy. Meine Fresse, was stehen denn hier für Kahn rum? Schlafzimmer auf Rädern. Okay. Jaja. Hier scheint das wohl ein bisschen anders alles zu sein. Och, gehen wir versuchen wir einfach. Okay. Ja, dann eben nicht. Dann gehen wir irgendwie mal irgendwo hin. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg rein. Mal sehen. Hoffentlich zieh auf. Ja, dann kann das ja nur richtig sein. Wow. Mann, Mann, Mann. Ach Gott, die Steuerung. Die macht mich wahnsinnig. Ja, Waffe. Cool. Ja. Kannst du mit deinem I. Okay. Okay. Ach, kriegt natürlich der. Ist aber klar. Wääääääää. Oh. Die Tür ist von dem Verschall. Mann, Mann, Mann. Was ist das? Ah, greifen. Okay. Mal sehen. In meine falsche Richtung. Ja. Ich schieb einfach mal. Hä. So. So, loslassen. Nach oben. Nach oben. Perfekt. Kommt die... Kommt die von alleine, oder? Hallo? Gott, das ist ja wohl jetzt nicht immer so, ne? Die kommen ja wohl von alleine, Mann. Wie unselbstständig, Mädel. Kann ja wohl nicht sein. So. Komm her. Und guckst du, so komisch. Oh, hinter sich abgeschlossen. Was ist denn hier passiert? Sieht ja richtig Scheiße. Fenster öffnen. Oh, cool, cool. Oh, party time. Psch, Katzi. The Flower. The Flower. Okay. Okay. Hört sich schrecklich an. Lassen wir sie gleich nehmen. Warum schreien die alle? Was ist da? Ich will nicht raus. Hört sich schrecklich an. Huch, was? Was ist denn da? Schlüssel. Okay. Okay. Oh Mann, das hört sich echt schrecklich an. Was schreien die denn da draußen alle so rum? Ah, schon besser. Komische Musik. Ah, ein Spiegel. Komm her. Mann, hier geht auch gar nichts kaputt. Huch, was war das? Ist ja lustig. Hey, schieß den Stuhl hier nicht so rum. Mann. Was ist denn was? Was ist denn was? Geht's dir gut? Nein. Oh. Nee, da möchten wir auch nicht rein. Ach, geh doch mal weg. Du stehst immer voll im Weg immer hier. Mann. Tür ist blockiert. Das wird sehr geil. Mal sehen. Braucht eine Magnetkarte. Na toll. Supi. Ah, Glasfenster. Okay. Ah, jetzt. Super, super, super. Schauen. Professionelles Zeug. Super. Ach, geil. Flipper. Ja, die, die, die. Greifen. Okay. Schreien schon wieder eng welche. Das macht nicht wirklich Sinn, das Ding hin und der Sushi, mache ich das Gefühl. Oh. Schau. Ah. Liegt hier nichts interessantes? Ah, da war noch was. Naja. Hallo? Warum stehen die Figuren immer im Weg rum? Ich weiß es nicht. Naja. Was ist das? Schauen. Berühren? Möchtest du Blume wirklich berühren? Ja, mal gucken. Ist er jetzt tot oder was? Na toll. Okay. Ah, speichern. Ja, dann würde ich mal sagen, das war der erste Part von Obscur. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dennne.